528 Millionen Euro, dies der Betrag des Corona-Krisen-Hilfspakets, das in den Änderungen des Haushaltsvorenschlags enthalten ist und vom Südtiroler Landtag in der Plenarsitzung im März genehmigt worden ist. Das Geld, so Landeshauptmann Kompatscher, kommt von Beträgen, die der Staat dem Land schulde, wie etwa Einnahmen aus Akzisen auf den Treibstoff und aus Steuern auf das Glücksspiel. Die Gelder, so Landesrätin Waltraud-Degg und die Landesräte Philipp Achhammer und Arnold Schula, sind für krisenbetroffene Betriebe und für Familien bestimmt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Tourismusbranche. Was die derzeitige Corona-Lage anbelangt, so hat Gesundheitslandesrat Wiedmann erläutert, dass die aktuellen Einschränkungen weiterhin Gültigkeit haben werden, um die Intensivstationen, welche nun der Aggressivität der neuen Mutanten ausgesetzt sind, nicht zu überfordern. Die Opposition stellte die effektive Verfügbarkeit der genannten Summe in Frage und kritisierte, dass die Änderungen erst im letzten Moment dem Landtag vorgelegt wurden und er somit seine Kontrollfunktion nicht mehr ausüben konnte. Alto Adige nel Cuore Fratelli d'Italia spricht von einer reinen Fassadenoperation und die Grünen beklagten eine Schieflage der Beiträge zugunsten der Wirtschaft, finden aber genauso wie die demokratische Parteibürgerlisten die Umwandlung der Sasa in eine Inhausgesellschaft gut. Letztere Fraktion fragt aber bei der Landesregierung nach, ob es im Fall negativer Signale aus Rom auch einen Plan B gäbe. Die Fünf-Sterne-Bewegung und das Team K forderten schnelles Handeln und einen Abbau der Bürokratie. Die Südtiroler Freiheit hat darauf hingewiesen, dass es nördlich des Brenners mehr Unterstützung gäbe und die Freiheitlichen stellten fest, dass man einen Weg finden müsse, trotz des Virus Wirtschaft und Bildung wieder anzukurbeln. Die Enzian-Fraktion meinte, dass die beste Hilfe die sei, alle wieder arbeiten zu lassen. Alto Adige Autonomia hat hingegen den Änderungen des Haushaltsvorenschlags zugestimmt und die Abgeordneten der SVP haben darauf hingewiesen, dass man mit den Maßnahmen das Überleben der Betriebe und die Arbeitsplätze sichern will. Die gesamte Opposition hat sich bei der Stimmenabgabe enthalten und so wurden die Änderungen zum Haushaltsvorenschlag mit den 19 Stimmen von SVP, Liga Salvini, Alto Adige Südtirol und Alto Adige Autonomia angenommen. Angenommen wurden auch die Anträge der Freiheitlichen und der SVP, den Minority SafePack, die Initiative zum Minderheitenschutz in Europa besser zu fördern, der Antrag der Grünen zur Sensibilisierung gegen Hass und Sexismus im Internet und der parteiübergreifende Antrag zur Unterstützung von Hilfsorganisationen auch durch freiwillige Solidaritätsbeiträge. Angenommen wurden auch vier Anträge der SVP, einer Kindersparbücher bei der Erhebung des Familieneinkommens zur Inanspruchnahme von ordentlichen Sozialhilfeleistungen nicht zu berücksichtigen, einer zur Einrichtung eines Wetterbildungsfonds für Südtirol, ein weiterer um Betrieben, die einen wesentlichen wirtschaftlichen Schaden erlitten haben, weitere Möglichkeiten der Stundung von Darlehen zu gewährleisten und einer gemeinsam mit Liga Salvini, Alto Adige Südtirol zur zielgerichteten Unterstützung der lokalen Wirtschaft. Abschließend wurde trotz des Ansuchens der Antragsteller um Verschiebung angesichts der späten Stunde die nächtliche Sondersitzung zur Diskussion über die Bestimmung der Gelder des Recovery Fund abgehalten, welche von der Opposition verlangt worden war. Neben der mangelnden Einbindung des Landtages wurde auch die Nutzung der Gelder für Projekte kritisiert, die nicht zukunftsweisend nicht ökologisch und auch nicht chancengleich seien. Landeshauptmann Kompatscha hat erklärt, dass es keine Zeit mehr gebe, um neue Projekte auszuarbeiten und dass es an Vorgaben aus Rom fehle. Von den 2,4 Milliarden Euro, von denen die Rede ist, werden wahrscheinlich nur 400 Millionen ankommen. Diese werden wahrscheinlich für die letzte Meile beim Breitband ausgegeben. Der Antrag auf eine größere Einbindung wurde mit 14 Jahren 19 Nein-Stimmen und einer Enthaltung abgelehnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017